Zwei. Wir machen pro Livestream wahrscheinlich so ein Ding. Ja, hier werde ich auch angezeigt. Nice. Ähm, ist da eine Verzögerung drin? Also, Leute. Macht einen Blackscreen doch nicht. Also, Leute. Spielen Call of Duty World War II Kampagne. Später spielen wir auch Multiplayer wahrscheinlich. Und ja. Kampagne. Let's just move on here by D-Day. It's simply by Operation Cobra. Also, Leute. Wir können starten. I'll start nothing. Me and the fellas, I'd say we're doing pretty good. Not good enough with Piercing. But, nothing is. Maybe I'll get home by Christmas with a couple of medals on my chest. But first, we gotta take Marinier. Schmelling, wo ist Lomata? Schmelling würde ihn K.O. Lomata. Oh, Frey. Schmelling ist ein Nazi. Ich schreie ihn in einem Gehirn. Sie haben ihn ihre Post-Auskarte. Das Kind nicht eine Chance haben. Wir haben alle eine Chance. Nietzsche sagte, dass es nur ein Strache ist. Das ist genug, Mouth. Okay. Was für Lewis oder Sugar Ray Robinson? Wir sprechen von 1938. Lewis Robinson gewinnt, Hand down. Hey. Look, er kommt wieder zurück. Ich dachte, du warst noch eine Woche. Nicht nachdem ich ein paar schweren S.O.P.s. Wir versuchen zu machen Mariniens. Well, Playbook ist working. Ich denke, wir werden nach Weihnachten wiederholen. Wir werden nur da stehen, schauen wir uns. Okay. Nicht schlecht, oder? Oh. Ach, Schmerz. Ich bin froh, Frey. Schön, dass du zurückkommen hast, Herr Rappen. Okay, Freunde. Wir haben eine unigere Möglichkeit. Das ist unsere Chance, um zu weg aus dem Normand. Es wird nicht einfach. Die Hedrohs sind schwerer Defendung. Wir haben die Angelegenheit von K.O. in der Nähe. Wir können eine Secure Mariniere halten. Wir haben die Röcke. Wenn ein Exhaustman kann ein Nights in der Gutt und kommen aus Schwimmen, dann würde ich unsere Worte einfach gut machen. Ich bin immer besser als ein Winner, so... Der Termin. Schilding us is his noble calling. Let's move! The war just has a habit of getting it away. Toll ich schon kopf, bro. Wir sind raus, los geht's, los geht's! Hey! Du weißt, ein Wound wie dieser dauert 8 Wochen für mich. Ich bin bereit, Sergeant. Du hast meine Worte. Oh, deine Worte? Das bedeutet mir nicht nichts. Also, du bist gut. Ich bin nur gut und verdammt dich, Sir. Diese Worte funktioniert. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Tank ist los! Hör auf dich, Leute. Es wird schwer. Was noch mehr ist? Ich glaube, Pearson mag dich. Wie ein Lion mag ein Steak. Los geht's, los geht's! Ich glaube, du bist gut. Ja, wie bei dir? Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Nein, Lust ist nicht möglich unter Pearson. Wisst ihr, warum er immer schützt dich? Kasserine passed. Ich habe meine beste Freundin hier. Ja. Er hat ihm ein Artikel 15 und eine Demotion. Er musste sein hartes, und seine Leute hat den Preis. Die Mission war Fubar. Ein Massacre. Die Soldaten haben keine Lust. Wir haben nur gewaltt, weil sie nicht Zeit haben, um den Western Exit zu verhindern. Wir haben fast alles verloren, bis zu diesem Scheiß. Aber Turner noch nicht überlebt. Er war derjenige, er war derjenige, er hat ihn aufgenommen. Pearson sagt, wenn er dich ein Model Platoon macht, er wird es schrubbt. Nur wir machen das schrubb. Ja. Ja. Da wird er nicht mehr, er wird es nicht mehr geben. Er wird es nicht mehr geben. Er wird es verletzt, wenn er es verletzt. Hey, Sie wissen, was ich für das? Ein Gerätes Grubb. Du hast nur noch ein Essen. Hey, du hast einen Schengel-Gunsch, du hast es nicht mehr. Hey, wie geht es um die Barbequen? Sie haben noch nie eine Chance. Ich glaube, Sie wissen, die Öffnung sind. Das ist jemandem. Das ist eine Person. Daniels ist richtig. Sie sind nicht alle schlecht. Sie gab uns Kepler, Mozart, Marlena, Dietrich. Sie hat es mehr leichter. Don't forget about der Inventions. Wir haben die Frinning Press, Elektron Microscope, Frankfurters. Die Frankfurters. Sie hören, Sie hören, Sie hören, Sie hören, Sie hören, Sie hören, Stukas, inbound. Get Me out of that. Clear the tanks. Kurs! 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 Wir müssen den Stukas bewegen. Das ist Flachfire in den Weinen. MGs in den Barsch. und bring down those Stukas MGs in the barn Shit! Everyone down! I better hit those MGs I need teams from left and left and right Go! 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 Keep moving I'll tie it up 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 MGs! I'll tie it up I'll tie it up I'll tie it up Oof MGs in the barn Shit! Everyone down! We gotta hit those MGs Toss it out of grenade! Go! 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 Keep moving Don't let up! MGs are tearing us up Upstairs Up! Up! Grenade! Wabber grenade! Up! Oh, my God. Das ist eine neue Idee. Move! Push him back! Get after them! Come on, they're on the run! Keep pushing! I got my head out of the cone. Why? I see. Send you, not you. Bionet! Geostars! I'm almost there. Rush! There's the AA gun! Let's clean up these crouts and help our tanks! Go! Go! Get on that flak gun and take out those stupid! Go for killing all of them! You gotta take them down! Here they go! 1 o'clock! Direkt hit He's going down Guy on the radio sounds pissed Crowds don't know what's happening More coming in One o'clock Direkt hit A little aim A little aim Direkt hit Two o'clock Seven o'clock Direkt hit Ten o'clock High There's too many Eight o'clock One o'clock High Hit him Daniel That's all of it Good job Daniels Hey Hey Perez You okay We got my buddy Mills in the ambush But we hit him back hard The holdouts are dug in with packs up ahead Got to clean him out All right Here's it If I can clean through this We'll find an overwatch position We'll have to soften up the packs I'll lead them in assault with berets Yes sir Daniels Sussman you're with me Come on What the hell is that? German artillery Tank killer Did you read the briefing? What are we supposed to do against tank killers? How did I learn that myself? There's one R's P47 Damn it Wish I would have gotten to that flag gun sooner Can't play it yourself Those are civilians This is a war car In this too Man Over here We got a banish point Why do I have a sniper? There's two resident boys We're heading right into hell We're going to hit those pack operators hard Everyone open fire I got eyes on two packs Daniels Take out those crews Take out that sniper right in the door Those pack crews Those are dead There's one more Both pack 38 pieces are down Our tanks are moving up Rock up the rest of the crops in the trenches Surgeon Give me the position We're leaving cover All clear Watch out Friendly tanks coming over the trenches Another enemy position Just past the hedges Fall in behind the tanks Let's put these rhinos to good use All tanks forward MG 42 Stay behind the tanks Use the tanks for cover We got crouch running out of the trenches Gunner target that MG 42 Right side Fire Stand ready for the tanks There's one Lower Look here What's there? Fire 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 ir Ha! Look at him run! Right, Frank, we're coming for you! We're moving! We're moving forward! We're moving forward! Into the head! Allied tank is down! Taking fire from Pac-38! We can't advance until the Pac-38s are down! It's the Heintroner, take out the Pac-38 crews! Come here, Daniels! Move up to the power! Move up to the Pac-38s! Move up to the Pac-38s! They came here! Daniels, pick up the rifle and hit those cops! Take the ammo caches! Daniels, keep it up! Tanks are moving! You gotta sweep some stretchers! Thanks for the fire support, Daniels! There! Hold that! She's right up those trenches! Let's clear it out! Pierce, get your head out there and beat them down! On your left! We'll be located! There's the rendering! Hold your fire! On the floor, friends! Down! Get down! Daniels, you gotta secure the enemy! Get down! Daniels, you gotta secure the enemy! Huah! Ha! Oh... I'm gonna center our firearm! I'm cutting his head back! Let's go for the schedule. The maneuvering that was! It went down! Halt, 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 Halt! Oh, well. I have a first date, Nick! Hey, he's starting! They're all right! Lieutenant! Hold on! CO approaching! All right, listen up! Charlie Company's under assault near the church. They need ammo and fire support. Send a squad immediately! Sir, we're already stretched pretty thin. Then stretch thinner! Yes, sir! We can take the jeeps and we're gonna need armored support. That's the plan. Perez! Pearson will follow you with the squad! Can't do it! Just got orders from Collins! We're heading west with the 11! God! Those boys are running out of time. You're on your own. Take the jeeps and head out. Move! All right! Snap to it! Charlie's up shit creek and we're the paddle! Let's go! Let's go! Hey, which way to Marinier? Follow this road to the next little dome! They've turned coming! Go easy! The road's flipped up ahead! Keep an eye out for retreating crouts! They'll run right on top of Charlie Company! You gotta get there first! Swing left! Look out! Danger! The ground's up ahead! Keep going! Don't run! Gun air! Angers ahead! Watch out! Close one! Taking fire! Need reinforcements! Or take down! Which way? Ah! Straight! No straight! Hold on! Fuck! Hard right! Shit! Suspect! Grab the wheel! I'm getting on the gun! I'm on it, man! Enemy chief! I'm proud chief! Stand ahead! Can't hold on much longer! Charlie's counting on that! Road blocked! There's an opening! Hold on! Enemy troops! House on the run! Straight ahead! Take him out! Over there! Hang on! Charlie Company's in that house! I'm going here! They're all over the house! Who are coming in? They're all over the house! Who are coming in? Search them left! Turn it up! That's all he's got! They're falling back! Clean up the rest! Set up the perimeter by the road! Just a few more! All clear! Rally up! We gotta stop meeting like this! Don't you be going soft on me, Murphy! Well, thanks for showing up when you did! Thank Captain Davis! It was his orders! Okay! It's too late to press on! Looks like you boys got a reprieve! Excuse me, Sergeant! Isn't half the crowd army on the other side of those buildings? Shouldn't we find a better place to set up a perimeter? Sure, Private! Why don't you book us a room at the Reds? He's sick! He's scared as hell! Why don't you worry about your own problems? Like how that side is going to hold up tomorrow! Have them right as you need, Sergeant! Daniels! Why don't you watch him? The only thing that would be interested in the enemy... ...is the enemy. Rest up, boys! We take Marinier at first flight! Can't believe I'm fighting alongside Zussman again. He's holding up alright, considering we just blasted through miles of Hedge Road. You think Pearson might go a little easier on him. You'd be wrong. Ja, Leute. Das war's mit wohl vor zwei. Wollte ich nur dazu sagen. Wie lange hat's gedauert? Dort mal eine halbe Stunde. Ja, fast eine halbe Stunde. Ist okay. Ja, Leute. Sag mal nur so. Tschau. Viel Spaß. Und wenn die Leute, die es nachträglich anschauen, folgt mir auf TikTok und lasst ein Abo und Like da etc.